Ich hole heute ein Tasting nach, das ich schon lange, lange machen wollte. Und zwar zum Glen Geary, 15 Jahre, Sherry Cast Matured. Damit er hier nicht so alleine rumstehen muss, habe ich mir hier noch einen Ben Nevis geschnappt. Einzelfass, auch 15 Jahre und oh Wunder, auch Sherry. Also, es wird Sherry-lastig. Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Turntable. Ich weiß gar nicht, wie lange es diesen Glen Geary jetzt schon gibt. 5, 6 Jahre bestimmt. Und aus derselben Zeit ist auch hier unser Ben Nevis. Ich fange einfach mal mit ihm an. Er hier muss ich kurz ausholen. Ich blende die Fotos von ihm hier ein. Das ist eine Flaschung, eine Flaschung, auch ein gutes Wort. Eine Flasche aus meiner Sammlung, eine neue Wortkreation, eine Flaschung. Ja, okay, eine Flaschung aus meiner Sammlung. Ich habe keine Riesensammlung, aber so ein paar Flaschen habe ich mir über die Jahre doch zur Seite gestellt. Dies ist eine davon. Ich habe lange nach einem Sample davon gesucht. Na ja, irgendwann war die Zeit einfach rum. Ich habe eins gefunden von einem benachbarten Einzelfass. Sagen wir es einfach mal so. Es gab damals, das waren noch schöne Ben Nevis Zeiten, viele, viele Einzelfassabfüllungen. 15-Jährige kamen da jahrelang raus. Ich habe noch eine einzigste, habe ich noch. Die gab es noch im Pappkarton und nicht wie hier in Holz. Die ist noch mal zwei Jahre älter. Er hier ist von 98 und dann abgefüllt, ja, abgefüllt, ich meine 13, ne? Tja, wenn man sowas wüsste. Ja, 13, ja. Oktober 13. Und den, den ich jetzt hier im Glas habe, ist das Fass 590 von 2014. 57,3. Also das der Vollständigkeit halber. Aber ich habe die noch nie probiert. Ich habe immer nur gehört, dass die doch massiv sein sollen. Sagen wir es mal so. Und ich ziehe auf der einen Seite über Sherrybomben her, auf der anderen Seite mag ich sie. Und ich meine, dass es Unterschiede gibt. Das hier müsste mein Beuteschema sein. Ein bisschen älter und dann hoffe ich, ja, ich kann euch diesen Unterschied noch nicht mal so richtig erklären, was ich toll finde und was ich, naja, was ich nicht mag, kann ich euch, glaube ich, besser erklären. Aber wo dann dieser, dieser Unterschied ist zu einer massiven Sherryfracht, wo ich sage, ja, das mag ich aber trotzdem und finde es richtig gut. Diese Flasche war früher schon kein Schnapper. Also ich kann es euch nicht auf einen Cent genau sagen, aber irgendwie 130 Euro plus. Dafür kriege ich heute, wenn ich passend gucke, auch noch 15-jährige Einzelfässer, ne? Also günstig waren die nie. Ja, es gibt eine Holzkiste, die hinten noch nicht mal richtig geschliffen ist. Ich weiß gar nicht, ob das nur einfach gehobelt oder so ist. Dann einfach einmal wohl nur drüber lasiert. Kommt, also sie hat so einen richtigen Grün-Touch. Dann, also die Kiste ist handwerklich sonst gut gefertigt. Da ist jetzt nicht irgendwie, dass da was nicht passt. Aber wenn ich dann schon sehe, dass man hier bei diesen Verschlüssen wirklich das billigste Blech nimmt. Ich hatte ja zugegeben schon ein paar von so Holzkisten. Und es gibt welche, die irgendwie nur gemacht wurden in meinen Augen, damit man eine Holzkiste hat. Und welche, die wirklich ernst genommen werden wollen, wo ich richtig schöne Verschlüsse habe, die geschraubt sind mit kleinen Schrauben und, und, und. Naja, hier eher weniger. Auch hier drin noch nicht mal, wie gesagt, geschliffen. Einfach nur gehobelt. Ein bisschen karg. Aber nun gut. Das nur mal so am Rande. Und das Ganze ist aus irgendeinem Balsaholz. Also super, super leicht. Wie gesagt, so ein paar Holzkisten. Zuletzt hatte ich den 18er Jameson. Diesen Bow Street. Das war ein richtig schweres Ding. Der war auf jeden Fall massiv. Egal, was das für ein Holz war. Ja, das ist auch massiv. Aber das ist eben wirklich so ein, ich sag's jetzt mal, Balsaholz. Also ganz leicht. Man will die hochheben, auch mit Flasche. Und, oh, geht ja. Nun gut. Das zu ihm hier. Gibt's natürlich nicht mehr. Heute gibt es diese Einzelfässer auch nicht mehr. Deshalb macht's eigentlich keinen Sinn, ein separates Video dazu zu drehen. Auf jeden Fall zur Zeit bei meiner Laune. Mich interessieren mehr aktuelle Abfüllungen. Und da kommen wir jetzt eben zum Glenn Geary. Ich hab zwischenzeitlich schon wieder gedacht, ach, das drehst du nicht. Wieder auch halb vergessen, geb ich gerne zu. Und es gibt ihn aber immer noch. Oder es gibt ihn noch, nach 5, 6 Jahren. Ich weiß gar nicht, ob er immer wieder neu aufgelegt wird. Ich hab jetzt keine Chargennummern oder so. Es wär ja schön. Andersherum kann's auch sein, dass die damals eine Großproduktion haben und die bis heute nicht losgeworden sind. Aber das glaube ich nicht so ganz, denn er ist recht beliebt. Also, ich höre ihn immer wieder bei irgendwelchen Empfehlungen. Ich hab ihn noch nie probiert. Das am Rande. Und jetzt mal zugegeben, 15-jährige, sherry-lastige Mauls zu bekommen. Ja, das kriege ich noch irgendwie hin. Aber dann, Fassstärke möchte ich ja gar nicht sagen, aber Highproof mit 53,7 Volumenprozenten? Das weiß ich nicht. Schreibt mir irgendwie eine Standardabfüllung original unten rein. Ich bin da schnell nur bei Einzelfässern oder unabhängigen Abfüllern so. Signatory macht das doch. Diese Small-Batch-Abfüllungen mit 4, 5 oder keine Ahnung, 6 Fässern. Ist ja auch gar nichts gegen zu sagen. Da kriege ich was Ähnliches. Aber 15 Jahre wüsste ich auch nicht, dass die die da schon mal abgefüllt haben. Also von daher glaube ich, so ein halbes Alleinstellungsmerkmal oder doch schon ziemlich selten. Egal wie er jetzt am Ende schmeckt, aber so einfach kriege ich das nicht von einer anderen Brennerei. Wie jetzt zum Beispiel den Standard 18er oder eben einen Ex-Bourbon-Malt, einen rauchigen, sherry-lastigen Malt oder sowas. Das hier, finde ich, kriege ich nicht so einfach. Deshalb fasziniert er mich immer noch, ohne dass ich ihn kenne, probiert habe und möchte ihn unbedingt in einem Video verarbeiten. Gut. Den Zwölfer hatte ich schon und deren Founders Reserve. Der Zwölfer hat mir, hört sich jetzt doof an, sehr gut gefallen. Ich müsste ihn eigentlich mal wieder trinken. Er wird stark abgefüllt. Ich meine, wenn es nicht stimmt, blende ich es jetzt ein, 48 Volumenprozente. Da kriegt man richtig was und ist ein rauer, rustikaler Highland-Malt. Eckig, kantig, total schräg. Will ich ihn jetzt nicht täglich trinken, aber den müsste man eigentlich, wenn man so eine Traumbar hat, die jetzt gar nicht ein Vermögen kostet, aber so interessante Standards abbildet, sollte man den da drin haben. Auch so für Anfänger-Tasting oder sowas. Oder etwas fortgeschrittener, um jetzt mal so die Unterschiede darzulegen. Den fand ich super spannend. Hier, denke ich, dominiert das Fass. Oloroso steht drauf. Und ja, Vollreifung, soweit wie ich weiß. Gibt es noch mehr zu sammeln. Kostet. Das ist es nämlich. Ich weiß nicht, ob das ein Ladenhüter mittlerweile ist. Man bekommt ihn ab 71 Euro. Jetzt gerade noch geschaut, Mitte Februar 2021 in einem größeren deutschen Shop. Ja, das ist günstiger, als ich wirklich im Kopf habe, was der vor zwei, drei Jahren gekostet hat. Da war der irgendwie 80, 90 zugegeben. Dann, ich glaube, die nächsten Shops waren dann auch knapp bei 80. Und dann gab es auch einige, wo er um die 100 lag. Aber um Gottes Willen, ich glaube, im benachbarten Ausland bekommt man ihn auch irgendwo zwischen 70 und 80. Also er ist verfügbar. Und das finde ich daran eben spannend. Und wie gesagt, diese Kombination, 15 Jahre, Sherry, Vollreifung, höherer Alkoholgehalt. Das finde ich in dem Sinne nicht so häufig. Okay, ich packe, glaube ich, mal die Dinger runter. Ja, und Ben Nevis ist ja, wie gesagt, irgendwie so ein Trauerspiel. Ich weiß nicht, was die Japaner mit denen vorhaben. Die sollen, glaube ich, nur für deren japanische Whiskys produzieren, wo er dann drunter gemischt wird. Oder was heißt, mit enthalten ist. So darf man das ja in Japan. Ist ja auch alles in Ordnung, aber ist so traurig. Die hatten damals wirklich, da waren Portfässer, Einzelfassabfüllungen, 40 Jahre. Teuer, ja, aber im Vergleich zu heute würde ich sofort kaufen, muss ich so übertrieben gesagt sagen. Also ja, faszinierend. Und heute kommt da gar nichts mehr. Oder ich übersehe es, dann dürft ihr mich gerne aufklären. Gut, fangen wir mit unserem Wunschkandidaten hier an. Ich blende es mal ein. Pinorica oder zu wem gehören die? Draufstehen tut es bestimmt nicht. Ja, der Sherry liegt in der Nase. Der Ollo Rosso. Kann ich jetzt schön nachplappern. Frisch, nicht alt und gediegen, jetzt in der Nase. Erster Eindruck ist frisch. Nicht irgendwie wie so ein Achtjähriger oder so. Oder was weiß ich, sechsjährige Sherryfässer wurden ja auch schon abgefüllt. Ich muss an Rosinen denken. Oft habe ich andere Sachen dabei. Ein Tick Säure schwingt mir durch. Deshalb Beerenfrüchte auch dabei. Aber ich habe auch Rosinen, sonst habe ich oft nur Beerenfrüchte. So eine Tabak, Ledernote, altes Papiernote, irgendwie sowas. Verdünnen gleich auch mal. Leicht Politur. Das Holz spielt da doch, oder hat doch da eine Oberhand. Jetzt finde ich schon in der Nase auch über der Frucht. Jetzt komme ich von der Beerenfrucht rüber zur Kirsche. Er stand jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde oder so. Ist der eingeschenkt? Ja, jetzt kommt er doch schon etwas älter rüber. Diese Frische ist leicht verflogen. Alte Bücherei, wo es ein bisschen feucht drin ist. Ein alter Raum, wo Bücher lagern und es feucht drin ist. Sagen wir es besser so. Irgendwie habe ich es heute mit Papier. Und ruhig das Ganze. Also nicht irgendwie, ja, wie soll ich das sagen? Kein Draufgänger. Ein bisschen Honig süß, aber ganz leicht. Geht dann eher fast rüber in so einen Blütenhonig. Dann rüber zu Kräuter. Und dann endet es in der Politur. Und so ein bisschen, wie gesagt, Leder, was ich gerade sagte. Leicht Tabak. Also von allen so ein bisschen. Ja, ich nehme ihn jetzt einfach mal. Volumineuse. holzlastig. Jetzt bin ich wirklich wieder bei Waldbeeren, Johannesbeeren, Himbeeren, aber alles mit einem passenden Tick Säure dabei. Johannesbeeren sowieso, aber auch die Himbeeren. Nichts mit Rosinen jetzt. Wie gesagt, dann hat mich das Holz eingeholt. Das kombiniert dann mit dieser säuerlichen Note. Kombiniert dann, ja. Geht ineinander über. Es wird trocken. Er ist nicht papptrocken. Das ist das nicht. Ja, also das, was draufsteht, kriegt man. Mal gucken, ob der zweite Schluck ein bisschen jetzt gesetzter ist. Das Holz war noch ein bisschen ungestüm, muss ich zugeben. Ich hoffe, da kommt gleich mehr. Ein bisschen Pfeffer dabei. Habe ich nicht viel mitbekommen. Ich erwarte ja oder hoffe ja so ein paar Schokonussnoten, irgendwie sowas. Zwischen den Kräutern, die ich eben hatte, die sind so leicht hinten, und in meiner Politurledernote kommt jetzt ein Zimt zum Vorschein. Wahrscheinlich, weil ich ihn jetzt im Rachen habe. Zimtkirsche. Rosine habe ich jetzt nicht mehr. Es kommt aber ein bisschen mehr diese Honigsüße durch, oder eine Süße. Ich habe gerade so Gedanken an Orange. Das finde ich immer spannend, wie das so variiert, wenn man ihn dann erst mal im Mund hat. Ja, man muss erst einen Schluck nehmen. Jetzt, finde ich, sind deutlich, ist deutlich das Alter zu spüren. Er ist doch sehr, er ist zwar voluminös, aber jetzt ist so ein bisschen diese erste Gewöhnung an das Holz durch. Jetzt habe ich auch keine Pfeffernote mehr. Er ist leicht trocken, dabei aber viskos. Mal gucken, ob das stärker wird, wenn ich ihn verdünne. Im Mund? Ja, wirklich ein Potpourri. Ich glaube, das kommt fast nach Tagesform an, oder ob es der dritte oder vierte Schluck ist. Jetzt im Mund, diese Orange breitet sich irgendwie aus. Orange mit etwas Zimt. Dann kommt das Holz, das massiv ist, aber ich kann es euch nicht wirklich näher beschreiben. Unter, also keine Schokolade, eher unterschwellig etwas, was mich von mir aus noch an Nuss denken lässt, an so klassische Oloroso-Aromen. Aber, ne, da werde ich gerade noch nicht so ganz schlau raus. Da tue ich gleich nochmal einen Schluck, oder mache ich jetzt. Der Ben Nevis kommt noch, keine Sorge. Aber, wie gesagt, den kann man eh nicht kaufen. Beim Ben Nevis steht auch nur einfach Sherry-Fass dran. Muss ich mal gerade gucken bei meiner Pulle. Pulle. 565, dann muss es ja ein Bad sein, sagen wir es mal so. Ja. So. Und, wie gesagt, ich hatte noch etwas gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass dieser Glemgiri angeblich am Anfang nur für den Reisebedarf war. Mag sein, ich muss die Verpackung mir ehrlich gesagt nochmal durchlesen. Da ich den schon so lange habe, ich hatte die zwar ein paar mal in der Hand, aber jetzt vom Video nicht. Aber vielleicht seht ihr es auch in Fotos. Hatte ich mir jetzt mehr von erwartet, dass er irgendwie mehr aufmacht, dass ein bisschen was anderes rauskommt. Ja, er ist ein bisschen heller. Heller, hellerer geboren? Hellerer. Hellerer. Jetzt denke ich fast nur noch an Orange und Zimt. Noch ein bisschen öliger. Da kommt, finde ich, wieder etwas mehr Pfeffer durch, ein bisschen mehr Holzbütze. Also was wirklich Neues kann ich euch nicht präsentieren. Aber ja, mit einem Tropfen Wasser ist es auch, ich will nicht sagen, es ist besser, aber es ist auch nicht schlechter, kann man schön mit rumspielen. Ich finde das ja doof, wenn ich eine Fassstärke habe, die man praktisch unverdünnt schon gar nicht trinken kann. Klar, ich kann immer wieder anders verdünnen, aber irgendwie sowas hier, ich weiß gar nicht, ob es eine Fassstärke ist, diese 53,7. Ich sprach ja von, ja, hoher Alkoholstärke, sage ich es mal so. Auf die Schnelle finde ich es nicht. Ich finde es, wie gesagt, für eine Fassstärke fast ein bisschen zu wenig. Okay, ich habe von beiden ein Foto gemacht. Der Ben Riach ist, der Ben Riach steht gar nicht auf der Theke. Der Ben Nevis ist etwas dunkler. Mit den 15 Jahren und der Sherry-Lagerung sind sie vergleichbar. Aber ich denke trotzdem, zwei verschiedene Paar Schuhe. Jedoch eher ein Produkt aus einer, ja, ist er in der Standardserie bei denen, ich weiß es nicht, im Portfolio. Oder läuft der separat? Ich gucke mal auf der Internetseite nach, dann blende ich euch ein, ob der da noch geführt wird oder nicht. Habe ich nämlich auch nicht gemacht. Mensch, ob der weiß, habe ich mich eben ein bisschen belesen über das Ding. So. Ist ja die falsche Flasche, ich muss noch mal gucken. 57,3. Ri hat 56,1. Das ist, wenn ich eine Sherry-Bombe haben will, dann so. Also das von Glenn Geary war schon echt gut. Und ich muss sagen, vielleicht greife ich jetzt mein Fazit schon vor. Also wer sowas sucht, 15 Jahre, ein bisschen gediegener, mit ein bisschen mehr Alkohol und eine Vollreifung. Und das, ja, regelmäßig. Also von Glenn Geary habe ich darunter jetzt nicht viel gespürt, zugegeben. Ich kenne die Brennerei jetzt nicht super gut. Aber den 12er, wie gesagt, die Founders Reserve Sache hatte ich schon getrunken. Da hat mich jetzt nichts daran erinnert, muss ich knallhart sagen. Er hier, schon von der ersten Nase, gibt den Ton so massiv an, aber dass ich darauf stehe, dass ich wirklich darauf abfahre. Ich weiß nicht wie, ich mache ja gerne Autovergleiche. Manchmal sieht man, generell mag ich Autos, die, ich bin gar keinem Auto nah, aber, sag ich mal, ein dezent getuntes Auto. Finde ich schon ganz ansprechend. Die aller, aller meisten von denen, die ganz wild getunt sind, das mag ich nicht so. Aber es gibt da ein paar von, wo ich sage, jo, der hat den Nagel auf dem Kopf getroffen. Das passt irgendwie wie die Faust aufs Auge und so ist das hier auch. Volle, pulle, Sherrybombe. Und sie ist so dunkel. Ich habe direkt eine massive Kirsche, Pflaume. Wie gesagt, Kirsche habe ich oft, aber hier geht es direkt in eine Pflaume rein, so richtig. Vielleicht kommt der Zimt noch vom Lengiri mit, aber ich muss so richtig an Pflaume, süße Zimt denken. Auch so ein bisschen an PX. Also vielleicht, wer weiß, was es für ein Fass war. Es steht nicht drauf. Habe ich auch eine PX-Reifung. Das heißt jetzt nicht, dass ich generell auf PX stehe. Also das sollte man über meine ganzen Videos, glaube ich, verfolgen, dass ich da zwiegespalten bin. Aber das kommt mir wie ein PX-Fass hier vor. Auf jeden Fall längst nicht so fruchtig. Eben, ich habe ja eigentlich Nussig nicht wirklich erwähnt. Aber da fehlt jetzt was und er hat es eben massiv hier mit einer süßen Seite zu tun, die jetzt mich aber nicht abschreckt. Hinten raus habe ich so eine Schoko-Holznote, sagen wir es mal so. Irgend so eine bekloppte Assoziation. Also es ist nicht so, wie wenn ich an der Schokolade rieche. Ich weiß das. Gepaart mit diesen Gewürzen. Ich sagte eben Zimt. Ja, aber da ist noch mehr. Ja, ich habe nicht viel davon, aber gleich noch einen Tropfen Wasser dran tun. Oh Gott. Da kommt so ein bisschen dreckig, speckig rüber. Speckig jetzt nicht irgendwie an, denk nicht an Isla, an Killhomen oder Artbeck. Aber irgendwas erinnert mich daran. So ein bisschen leicht dreckig. Die Rauch-Assoziation tut jetzt weg. Aber irgendwie, wie wenn man so einen Braten hat, wo eben auch Pflaumen mit drin sind. Und dann so ein bisschen diesen Fleischsaft dabei mit Süße und leichten Fleischaromen. Hört sich ganz komisch an, ne? Aber daran muss ich gerade denken. Er wirkt dreckiger als der Glengiri. Ja, was für eine Geschmacks- oder Beschreibung. Er ist auch nochmal viel ruhiger. Also nochmal, er kommt mir älter vor. Aber das habe ich oft bei so massiven Scherif-Fässern. Aber hier wirklich im positiven Sinne. Er kommt mir im Blind-Tasting, würde ich sagen, wenigstens 18 oder 21 Jahre, um so bei klassischen Altersangaben zu bleiben. Irgendwie so dazwischen. Ich habe immer noch so ein bisschen Lakritz, bitteres Holz im positiven Sinne und Kirsche im Abgang. Hundertprozentig europäisches Holz. Also von der Stärke und Intensität her. Dieses Holz hat eine ganze Bandbreite an leicht pfeffrigen Aromen, Gewürzaromen. Ich komme immer irgendwie so Richtung Süßholz, Richtung Lakritz oder so. Und dazwischen aber so was Weihnachtliches. Und dann blitzt wieder Zimt auf, was ja auch so halb weihnachtlich ist. Dann habe ich wieder meine Kirsche. Also massive Fracht. Längst nicht so eine säuerliche Note wie der Glengiri. Ganz leicht. Ganz, ganz leicht. Ja. Wie gesagt, man muss drauf Lust haben, muss drauf stehen. Aber ich denke mir dann immer, wenn ich darauf Lust habe und wenn ich generell drauf stehe und wenn es dann mal wieder ein Tag ist, wo ich Lust habe, dann bitte keine Reinfälle. Keine von diesen Einzelfassabfüllungen, die zwar dunkel wie die Nacht sind, aber dann überhaupt gar keine Holzaromen haben, weil es irgendwie so ein dreimonatiges Finish ist oder so ein Blödsinn. Oder es einfach gar nicht in der Waage ist, dass das Verhältnis zwischen Frucht, Holz und das, was vom Mold noch durchkommt bei den dunklen Suppen. Hier habe ich eine dreckige Note, ob die vom Fass kommt. Ich würde nicht sagen, dass der, dass der, sagt schnell, dass das eine Schwefelnote ist. Ne, die ist anders. Da käme ich eher fast bei ihm hier hin. Aber nein, ich möchte dem jetzt keinen Schwefel unterstellen. Auf jeden Fall nicht im negativen Sinne. Ich spüle nochmal. Der Ben Nevis hat einen massiven Abgang, also immer noch sehr präsent. Kommt der Glen Geary nicht mit? Den Ben Nevis möchte ich aber nicht im Sommer trinken, ganz im Ernst. Kann man ihn höchstens über, also das wäre natürlich zu schade und Blasphemie, aber da könnte man ihn höchstens über so ein Vanilleeis so ein bisschen träufeln. Ganz, also wirklich sehr weit auseinander von, man kann sie beide unter Sherryfass-Whiskys zusammenfassen, aber ich denke, dass das eine PX-Lagerung war. Und hier spielt sich sofort doch wieder diese unterschwellige Oloroso-Note. Ich möchte jetzt gar nicht von Nussaromen in erster Linie reden, aber man hat einfach diese Oloroso-Note da irgendwo drin. Er ist so ein bisschen humaner, sagen wir es mal so. Ich komme dann doch wieder an meine Orange hier dran, sowas hatte ich beim anderen gar nicht. Ich weiß nicht, ob es von Vanilleeis kommt, ich habe so ein bisschen eine Vanille-Assoziation mit Kräuter. Aber ganz andere Kräuter, als ich eben da drüben hatte. Wunderbar weich und, wie gesagt, leicht trocken, nicht zu trocken, also schön auf den Punkt getroffen. Ja, ich komme jetzt nochmal den Vanilleeis mit einem Schlückchen, ähm, nicht mit einem Schlückchen, den Schluck noch eben mit einem Tropfen versehen. Ich spüre jetzt auch nicht. Wird hier eh wieder viel zu lang, ne? Er wird etwas, diese, dieses Extreme geht so ein bisschen zurück. Die Kirsche kommt so ein bisschen klarer durch und nicht so, so brachial, als wird einer mit einem Vorschlaghammer sie einen in die Nase hämmern wollen. Jetzt habe ich auch wirklich mehr Kirsche als Pflaume. Ja, ist schon gleich geblieben, so ist nicht, aber wie gesagt, ein bisschen mehr Kirsche, weniger Pflaume, nicht mehr ganz so hardcore. Also wunderbare Holznoten drin, wofür ich Holz liebe. Die Kamera hat aufgehört zu filmen. Die Speicherkarte war nicht voll, das möchte ich ausdrücklich sagen. Da hatte ich darauf geachtet. Ja, ich hoffe, jetzt hält sie durch. Okay, also toller Holzaromen, da könnte ich mich den ganzen Abend dran auch auslassen. Ja, also wie gesagt, schade, dass Ben Nevis nur noch alles nach Japan verschifft, behaupte ich jetzt einfach mal und nichts mehr für solche schönen Sachen übrig lässt. Aber nun gut, kommen wir zurück zum Glenn Geary. Wie gesagt, der läuft in meinen Augen fast außer Konkurrenz, weil womit soll ich ihn, Whisky kann man eh nicht so gut vergleichen. Ich tue es ständig. Aber jetzt einfach so, wenn ich nach einem 15-jährigen Malt Ausschau halte oder einem etwas älteren Malt Sherry greift und ein bisschen höher Alkohol, da finde ich in dem Sinne in meinen Augen nicht viel. Außer ich bin sofort bei unabhängigen Abfüllern. Was ja nicht schlimm ist, aber ja, da ist der dann doch deutlich günstiger, weil dann bin ich oft bei den unabhängigen Abfüllern bei Einzelfassabfüllungen und die mit 15 Jahren, wir hatten es ja hier gerade gesagt, irgendwie heutzutage 130 Euro und ihn heutzutage immer noch ab 70 oder lasst es dann 80 sein, ist dann doch schon ein Unterschied von 50, 60 Euro. Okay, ich bin froh, dass ich jetzt endlich dazu gekommen bin und ich jetzt selber den Glenn Geary bei passenden Gelegenheiten, was heißt empfehlen kann, aber bei mir geht es darum, was die Leute mir erzählen, was sie mögen und nicht darum, dass ich sage, den musst du trinken. Weil das finde ich immer so eine total falsche Rangehensweise. Den musst du trinken, der ist so super. Wenn der andere andere Geschmacksansichten hat und Empfindungen, dann bringt das nichts. Okay, in dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.